Landwirte in Deutschland sind sehr anspruchsvoll an sich selbst, an ihre Maschinen und an ihre Betriebsprozesse und fragen konkret nach Position-Farming-Produkten, um eben da kommt AFS ins Spiel. AFS steht für Advanced Farming System, AFS die Arbeit der Landwirte extrem erleichtert. Das ist mein Hauptbüro. Ich arbeite viel von meinem Auto aus. Ja, das ist wie ein Kletterstang. Teilweise. Always on the go. Ja. Ein flächendeckendes RTK-Netz in Deutschland etabliert wurde, sodass der Landwirt ein Rundum-Paket im Bereich Position-Farming-Anwendungen bei KCH erhält. Jetzt werden hier die GPS-Rohdaten empfangen, werden über das Kabel hier rum in diesen Kasten... Und diese Station in Deutschland bilden zusammen mit den anderen Ländern in Europa im Prinzip eine flächendeckende RTK-Abdeckung für KCH in ganz Europa. So, jetzt fahren wir auf die Farm zu von Hermann Kestler. Hier, wir sehen Grünrock. Hallo. Morgen. Also meine Familie und ich, wir bewirtschaften oder betreiben Landwirtschaft. Landwirt bin ich deswegen, weil es mein Leben ist. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ja, fein. Wir machen irgendwas, wir machen mehr als 300 Hektar. Wir Weizen, Silomais, Körnermais, Zuckerrüben. Bist du zufrieden mit deiner Ernte hier? Wir können heuer trotzdem, dass eigentlich die Witterung sehr trocken war, können wir eigentlich sehr zufrieden sein. Das ist unser erster Punkt. In Kombination mit AFS haben wir hier ein Paket für den Landwirt, wo er im Prinzip die Sporen exakt planen kann und das auch über Jahre wiederholen. Zweiter Punkt. Zack. Also hier sieht man jetzt ganz schön die Vermessungspunkte, die gesetzt wurden, um das Feld eben exakt einzubringen. In Case IH, es ist wirklich für jeden ganz einfach zu erlernen. Keine Untermenüs. Das ist echt kinderleicht. Hier schalte ich ein und schon zieht er mir auf die richtige Spur hin. Ja, das macht Spaß. Wird's fun. So, jetzt haben wir den Betrieb besichtigt. Die Lehrlinge, die Auszubildenden sehr gut damit zurechtkommen, relativ schnell. Es gibt in Landwirtsicherheit, es gibt in Planungssicherheit vor allen Dingen. Und so kann er im Prinzip über das RTK-Netzwerk seine Spuren jedes Jahr exakt wiederholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017